Also waren Sie eigentlich dafür, so ganz generell, als eigenständiger, selbstdenkender Politiker die PKW-Maut einzuführen? 100 Prozent! So wie sie dastand, also es war Ausländer. Ja, Marvin, 100 Prozent! Ich liebe diese unfassbar diplomatischen, aber eigentlich auch irgendwie nichtseigenden Aussagen. Was heißt das denn? Heißt das Ja, heißt das Nein oder wissen Sie es einfach noch nicht? Ist ja auch okay. Und damit willkommen zurück zu Teil 2 des Interviews, gemeinsam mit dem Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Und jetzt geht es um die, ja, gescheiterte PKW-Maut. Und ich finde, er war da durchaus offen. Ich würde euch aber an der Stelle auch empfehlen, euch weitergehend mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe euch dazu auch nochmal einiges in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung und danke übrigens auch für das gute Feedback zu Teil 1, der nochmal hier oben im i verlinkt ist. Also, los geht's mit der PKW-Maut und Teil 2 mit Andreas Scheuer. Und damit dieses Interview überhaupt möglich ist, Kira war übrigens mit dabei und hat das Ganze für euch gefilmt. Damit wir nach Berlin fahren können, der Zug, das Hotel und so weiter, ist natürlich auch hier wieder ein Kooperationspartner mit am Start, nämlich SteuerBot. Denn ihr könnt jetzt schon frühzeitig eure Steuer für 2022 einlösen und Geld zurückbekommen. Und das alles ganz einfach mit SteuerBot in der App. Und durchschnittlich bekommt man ja so, ja, 1072 Euro vom Finanzamt zurück. Freunde von mir haben es auch schon mit der SteuerBot-App gemacht und waren innerhalb von 20 Minuten durch. Und man muss es ja tatsächlich machen und zahlt erstens wenig für eure Steuererklärung, das ist nämlich sonst richtig teuer. Und zweitens bekommt ihr mit meinem Code oder Link, der auch unten verlinkt, ist natürlich 10 Euro Rabatt. Also probiert das aus mit dem Link in der Beschreibung und nutzt jetzt SteuerBot. Ich habe noch einige Fragen bekommen seitens meiner Community, die sich alle sehr stark auf ihre Vergangenheit beziehen, tatsächlich. Sind Sie bereit dafür, dann noch drüber zu sprechen eigentlich? Ja. Sehr gut. Wollte ich mal vorher abfragen. Bevor gleich, bevor gleich. Ich möchte aber gerne über die Zukunft reden. Das haben wir jetzt gemacht. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Ihre politische Sichtweise, glaube ich, abgefragt, wie Sie stehen. Asienbrücke ist ja Zukunft. Und da waren wir einfach nur Filos unklar. Das haben wir abgedeckt. Und jetzt kommen ein paar Fragen in die Vergangenheit, die Sie aber sicherlich ja auch noch ein bisschen begleiten werden. Wenn Sie vor allem in der Politik bleiben wollen. Also Sie sind ja relativ jung noch für einen Politiker. Tatsächlich. Ich würde es schön fänden, wenn Sie, wenn er einfach mal drei Dinge aufzählen würde, die er Positives für die Bahn gemacht hat. Also erstens, in meiner Amtszeit sind die Investitionen für das System Schiene in exorbitant hohe Investitionsquoten gelaufen. Das heißt, so viel Geld für die Schiene wie nie zuvor stehen zur Verfügung. Zum ersten Mal, Paradigmenwechsel, in meiner Amtszeit ist es erreicht worden, dass die Investitionen in die Schiene mehr sind als die in die Straße. Und dass wir beispielsweise große Projekte umgesetzt haben, ob das die Strecke zwischen München und Zürich ist, die einen Fahrzeitrekord von drei Stunden 30 jetzt hat, wo keiner mehr fliegen muss, sondern wirklich die Bahn benutzt, weil sie elektrifiziert ist, weil sie modern ist. Natürlich auch das Thema, wie wir neue Großprojekte angegangen sind, natürlich zum Beispiel die Anbindung Skandinaviens ans Festland mit der Fehmarn-Belk-Währung. Die Grünen sind meistens da immer dagegen. Sie reden am Rednerpult des Deutschen Bundestages immer für die Schiene, aber wenn man dann vor Ort kommt, dann sind sie meistens dagegen. Liegt vielleicht auch daran, weil die CSU nachweislich, auch weil die CSU sehr lange Zeit das Verkehrsministerium inne hatte, immer sehr viel Geld in die Infrastruktur von Bayern geschickt hat, insbesondere von Straßen. Und ich kann Ihnen da auch, bevor Sie fragen, ja stimmt das wirklich, es gibt dazu tatsächlich auch Graphen und belegbare Zahlen. Ja, aber Sie haben mich unterbrochen beim dritten Punkt, was bei der Schiene noch gut gelaufen ist, ist, dass wir an die Schiene ein Glasfaserkabel legen an über 30.000 Kilometer Schiene, damit dann Mobilfunk, damit 5G, damit das alles funktioniert. Ja, das dauert seine Zeit und da gab es einen riesen Nachholbedarf, aber die Digitalisierung der Schiene ist für mich ein großes Projekt, das ich angestoßen habe. Das zum dritten Punkt, weil nicht, dass Sie mich dann kritisieren, nur zwei Punkte genannt zu haben. Und jetzt zu Bayern. Genau, also die Frage ist, warum auch von UserXU8KT und so weiter, warum investieren alle CSU-Verkehrsminister vor allem in die Infrastruktur in Bayern? Dann sollten Sie nicht Verkehrsminister für die ganze Bundesrepublik sein. Sie haben dazu mal getweetet im August 2022, die Ampel-Koalition leidet unter einer Bayern-Phobie. Die Grundschwingung der neuen Bundesregierung ist, die fetten Jahre für Bayern sind vorbei. Ist es nicht eigentlich nur, endlich wird Bayern mal gleich behandelt? Marvin, ehrlich gesagt, ich bin von der Frage echt gelangweilt, weil sie echte Fake News ist. Ja gut, aber es gibt, Moment, Moment, es gibt, das muss ich nicht unterbrechen, es gibt eine kleine Anfrage von 2017 und eine Anfrage, also von den Grünen und eine Anfrage von 2019 an die Bundesregierung damals. Und die Zahlen, die da rausgegeben wurden, belegen das allerdings in Teilen. Nein, es ist einfach Fake News, weil… Dann hat die Bundesregierung, da haben Sie damals Fake News rausgegeben. Nein, stopp. Wir haben einen Verteilungsschlüssel in Deutschland, der über alle Bundesländer geht und der an der Bevölkerung orientiert ist. Und es ist immer so, dass jedes Bundesland seinen Teil bekommt. Ich kann Ihnen sagen, der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil, der Sprecher der norddeutschen Bundesländer ist, sechs Stück, ja, und die sind nicht nur CDU-nachweislich, sondern sehr viel SPD, der hat zu mir gesagt bei einer Konferenz der norddeutschen Bundesländer, Herr Scheuer, ich muss Ihnen Danke sagen nach diesen dreieinhalb bis vier Jahren, das war am Ende meiner Amtszeit, es gab von Ihnen nie ein Nein, Sie waren immer pragmatisch, Sie waren immer bemüht und haben uns geholfen, dass wir auch in Norddeutschland große Projekte umsetzen. Ich kann nur Großprojekte umsetzen oder Projekte umsetzen des Bundes, wenn Baurecht ist. Nehmen Sie die A20 in Schleswig-Holstein beispielsweise, da gibt es kein Baurecht, da will die komplette Politik, außer die Grünen, diese Autobahn, aber ich kann als Bundesverkehrsminister nur das Geld geben, wenn dort Baurecht ist. Es gibt Bundesländer, die für Bundesprojekte gar kein Baurecht haben und in Baden-Württemberg und Bayern sind nachweislich und in Nordrhein-Westfalen die meisten Projekte, die baureif sind und dann wird auch das Geld gegeben. Und jetzt sage ich mal, wenn Sie an die S4 in Hamburg denken, das ist die Anbindung Schleswig-Holsteins an Hamburg, das ist ein Milliardenprojekt, da habe ich sofort eingeschlagen. Die A7 bei Hamburg, das ist Hamburg-Altona Autobahnausbau, da steht der grüne Verkehrssenator neben mir, Herr Tjax, das zum Thema Diskussion, die Grünen wollen keine Autobahn, und ist freudestrahlend und sagt, Mensch, super, dass wir jetzt diesen Knotenpunkt ausbauen. Ich könnte die ganze Liste der Autobahnen, der Schienenprojekte etc. alles runterbeten, bis hin zum digitalen Schienenzentrum in Nordrhein-Westfalen, wo wir ein komplettes Stellwerk digitalisiert haben für mehrere hundert Millionen. Ich habe es laufen lassen, die Debatte, dass ein Bayer Bayern unterstützt. Es ist einfach irgendwann einmal so einem Bad, weil es einfach an der Stelle nicht so stimmt, aber wenn in Bayern Baurecht ist und da gibt es einfach mehr Baurecht wie anderswo, dann wird halt gebaut. Wir haben noch andere Fragen. Gerne. Und da sind wir auch bei Großprojekten eins, was nicht geklappt hat. Das wird Ihnen, glaube ich, immer wieder, wahrscheinlich für immer, vielleicht ein bisschen nachhängen, die PKW-Maut. Ein User, eine Userin wollte wissen, wie kann man noch guten Gewissenspolitik machen, wenn man 500 Millionen Euro für die Maut in den Sand gesandt gesetzt hat, vor allem, wenn bereits klar war, dass es vor Gericht geht. Also die nächste Fake News ist, dass der Bund 500 Millionen Euro gezahlt hat. Das ist die Forderung der Gegenseite. Ja, es wird ja gerade noch geklärt, was gezahlt werden muss. Ja, das ist ja vom Schiedsverfahren. Das heißt, Sie stehen vor mir und sagen, Scheuer, ich möchte 50 Euro von dir. Dann sage ich, wieso? Ja, weil das jetzt meine Auffassung ist. Dann sage ich, ja gut, wenn wir uns nicht einig werden, dann müssen wir darüber streiten und müssen wir einen Schiedsrichter darüber entscheiden lassen. Ich sage, du hast schlecht geleistet, du hast nichts gebracht, du hast falsch abgerechnet. Also wir klären das. Es wird ja gerade noch geklärt. Und die laufenden Kosten dafür... Aber diese Auffassung in der Frage, dass 500 Millionen Euro in den Sank gesetzt wurden, ist falsch. Allerdings, die Kosten gerade für die Bundesregierung belaufen sich, Pi mal Daumen, auf 30 Millionen Euro, allein nur Verfahrenskosten dafür. Ja gut, das ist aber das Gerichtsverfahren. Das hätte man ja auch vermeiden können. Ja, Marvin, es wird überhaupt nicht gesagt, dass ich einen 14-jährigen Rechtsstreit über die Lkw-Maut als Bundesminister abgeschlossen habe, wo auf beiden Seiten je rund 250 Millionen Euro an Rechtsanwaltskosten und Gutachterkosten ausgegeben wurden. Ich habe dem Bund über eine Milliarde Euro eingespielt. Ich. Das war meine Entscheidung. Das war bei meinem Amtsbeginn, habe ich gesagt, 14 Jahre Rechtsstreit ist genug, ich löse das. Und ich habe es gelöst. Darüber redet keiner. Okay, fair enough, damit muss ich zurechtkommen. Aber auf der anderen Seite kann man jetzt nicht zum Vorwurf machen, wir haben ein Schiedsverfahren gewählt, wenn ein Streit daraus entsteht. Und dieser Streit ist eine logische Folge aus diesem Scheitern der Pkw-Maut. Und dann muss man ja auch das ausfechten und sagen, wir sind jetzt vor dem Schiedsgericht und dann lass uns darüber reden, wie wir eine Lösung finden. Da bin ich raus, das macht das Schiedsgericht, aber trotzdem ist es ja vertraglich so geregelt. Crash Row und ich stelle die Frage trotzdem, auch wenn sie faktisch tatsächlich nicht ganz richtig ist, aber haben sie ein schlechtes Gewissen, so viel Steuergelder einfach in den Sand gesetzt zu haben? Also wie gesagt, noch wird ja herausgefunden, wie viel Geld dann wirklich gezahlt werden muss an die Unternehmen, die den Vertrag unterzeichnet haben. Nichtsdestotrotz, es wurde ja was unterzeichnet, obwohl eigentlich nicht klar war, was rauskommt. Haben sie, sie haben schon mal gesagt, ja, sie haben schon mal zugegeben, dass es ein Fehler war, wenn ich mich nicht ganz täusche vor einiger Zeit, aber bitte korrigieren sie mich, wenn ich falsch liege. Trotzdem, wie denken Sie heute darüber nach? Lasstet Ihnen das nach oder ist das für Sie so eine politische Entscheidung, wo Sie denken, ja, shit happens? Ich habe 88 Verordnungen und Gesetze durch Bundestag und Bundesrat gebracht. Zum Beispiel, und ich weiche nicht ab, das autonome Fahren ist in der Welt einzigartig. Dieser Rechtsrahmen ist einzigartig, den gibt es nur in Deutschland, der wird überall jetzt abgeschrieben. Wir haben Satellitentechnik gemacht, wir haben Startup-Förderung gemacht, wir haben alles Mögliche in die Wege geleitet, wo keiner drüber redet. Okay, und dieses eine Projekt ist gescheitert. So, aber ich hatte einen Auftrag aus dem Parlament. Wir sprechen von einem Gesetz, das in der Vorgängerperiode beschlossen wurde. Von Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, im Übrigen mit den Stimmen von Grünen und Linken. Von Bundespräsidenten unterschrieben wurde das Gesetz und von der EU-Kommission freigegeben wurde. Alles unter meinem Vorgänger Alexander Dobrindt. Und ich bekam das auf den Tisch und ein Bundesminister muss Gesetz umsetzen. Also wenn ich das nicht umgesetzt hätte, obwohl es schon im Haushalt gewesen ist, die Einnahmen der nächsten Jahre aus der Pkw-Maut waren schon verbucht im Haushalt. Das ist das Gebetbuch eines jeden Bundesminister. Gesetz verabschiedet. Haushaltsgesetz verabschiedet. Einnahmen verbucht. Dann sage ich Ihnen, soll ich jetzt sagen, wissen Sie, das interessiert mich alles gar nicht, das setzt sich nicht um. Also waren Sie eigentlich dafür, so ganz generell, als eigenständiger, selbstdenkender Politiker die Pkw-Maut einzuführen? 100 Prozent. So wie sie dastand, also es war Ausländer, das einführt oder wieder zurückführt über die Kfz-Steuer? Auch heute noch. 21 Länder in Europa haben eine sogenannte Nutzerfinanzierung. Die EU-Kommission appelliert an alle Mitgliedstaaten, eine Nutzerfinanzierung zu machen. Das heißt, wer die Infrastruktur nutzt, der zahlt. Genauso wie bei der Lkw-Maut, genauso wie bei der Schienen-Maut, die haben wir nämlich auch, auch für die PKWs. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, auch weil es die größte ökologische Lenkungswirkung hat. Wenn jetzt, ja, wer nutzt, der zahlt. Wer fährt, der zahlt. Also Sie glauben, dass dadurch weniger Verkehr auf der Autobahn wäre, weil das wäre die Schlussfolgerung. Nein, aber die ökologische Lenkungswirkung wäre. Oder Sie wollen das Geld, was damit eingenommen wird, investieren in. Ich glaube, ich habe jetzt seit 15 Jahren Verkehrspolitik gemacht. Es gibt keinen, der in der Verkehrspolitik agiert, auch nicht zum Beispiel die Grünen, oder ich muss es anders formulieren, gerade auch die Grünen. Denn Winfried Herrmann, der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, hat bei den ersten Plänen der PKW-Maut gesagt, ja, das ist ein richtiges Instrument, um die größte ökologische Lenkungswirkung zu haben. Das ist jetzt nicht mein Parteifreund, sondern der ist nachweislich grüner. Warum? Weil es in ganz Europa dazu kommt, dass du eine größere Lenkungswirkung hast und zusätzlich kommt noch drauf, dass sich im System Straße finanziert, Straße, dann die Einnahmen für den Staat verbessern, um eine Infrastruktur besser zu machen. Und wie jetzt eine Regierung das organisiert, ist jetzt auf einem anderen Tableau. Nur, dass eine PKW-Maut ein Instrument der Verkehrsinfrastruktur ist, generell, grundsätzlich, ist unstritten. Das hätten ja einfach alle besteuern können. Das hätten ja sagen können, ja, das gilt für alle, nicht nur für Ausländer, sondern auch für Deutsche. Ja, aber ich habe ja nur das gehabt, was in der Periode zuvor beschlossen wurde. Das ist ja nicht die CSU-Maut gewesen, sondern ein verschurbelter, zum Schluss gescheiterter Kompromiss aus CDU, CSU und SPD. Die CSU hätte das ganz anders gemacht. Der Ursprungsentwurf war ein ganz anderer. Nur, wir waren nicht mehrheitsfähig in einer Koalition. Die SPD wollte das nicht, Teile der CDU wollten das nicht. Aber ich sage nach wie vor, wenn ich auf meiner A3 in meinem Wahlkreis auf die Straße blicke, dann habe ich einen Anteil von 60, 70 Prozent ausländischen Kfz, die da durchfahren und LKWs. Und dann sage ich, da fährt jeden Tag, fahren viele vorbei, die keinen Beitrag leisten an die deutsche Infrastruktur, aber sie nutzen. Marc. Das ist ungefähr so, wie der Kanal, den Sie ins Netz stellen. Ich bin gespannt, wie Sie bundespolitische Themen richtig runterbrechen auf meinem ganz persönlichen Kanal. Ja, zum Beispiel. Naja, aber ich habe ja jetzt nicht unbedingt die gleiche Verantwortung, die Sie hatten damals. Naja, aber Sie sagen doch auch, wer nutzt, der zahlt. Wer nutzt, nee, eben nicht. Also mein System funktioniert ja ein bisschen anders. Bei mir zahlt ja keiner. Ja. Also ich glaube, der Vergleich ist ein bisschen quer. Ich glaube, der ist ein bisschen quer. Trotzdem, Marc 831 wollte ich noch wissen, als verantwortungsbewusster Minister oder ehemaliger Minister, dem sein Amt eine Herzensangelegenheit ist, wie wehrt man sich eigentlich gegen Versuche von Lobbyisten und anderen Interessenträgern, Einfluss auf seine nur durch das eigene Gewissen getriebene Entscheidungsprozesse zu nehmen? Das ist eine wichtige Frage, um das auch mal darzustellen. Ich glaube, es gibt keine Zeit, die so transparent ist für alle, denn es gibt von Lobbyregister bis hin zu allen möglichen Aufzeichnungen, Protokolle, alles, was für Journalisten, für Bürger transparent ist, das Informationsfreiheitsgesetz und vieles mehr. Wenn da Anfragen gestellt werden, musst du Auskunft geben, zum Beispiel als Mitglied der Bundesregierung. Ich finde das System okay. Es erschwert vieles, aber es ist besser wie viele Jahre zuvor. Und wie wehrt man sich? Man ist eigener Entscheidungsträger. Man muss Meinungen sammeln, zum Beispiel von der Fachebene, von Beamten bis hin auch von Verbänden. Und das einfach werten und sagen, okay, dem kann ich nicht entsprechen, dem kann ich entsprechen, die Entscheidung kann ich vertreten. Das ist wirklich ein guter fachlicher Rat. Das mache ich weniger gut. Also, wenn ich mir jetzt die Bundesregierung anschaue, also eine Tierschutzaktivistin ist Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. Ein Funktionär von Agora Energiewende ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Der Attac-Gründer Giegold ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Eine Greenpeace-Aktivistin und wichtige Person ist Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Könnte mir auch ein paar Dinge einfallen, die momentan sehr wenig diskutiert werden. Gut, aber wir sitzen ja mit Ihnen hier und nicht mit denen. Sie haben gerade gesagt, das erschwert einiges. Was erschwert das denn? Naja, weil man viel beschäftigt ist mit Anfragen, muss man akzeptieren, ist völlig okay. Für mich kein Problem. Macht sowieso der Fachapparat, der dann diese Fragen beantworten muss von außen. Mit wem hast du dich getroffen? Das ist doch gut, das ist ein Schwert, dass du bist. Ja, ich sage nur vom Arbeitsablauf, nicht von der Situation selber. Ich habe ja gesagt, das System ist völlig in Ordnung, ist transparent. Könnte noch transparenter sein. Ja, ja. Also. An welcher Stelle? Naja, zum Beispiel, und jetzt machen wir den Kreis wieder, bevor wir dann sozusagen auch schließen tatsächlich nochmal den Kreis auf die Zukunft oder das Aktuelle auf die Asienbrücke. Deswegen habe ich gerade eben auch so bei Philipp Rösler und Kosonar gefragt, weil wird das, werden all diese Treffen, wo Herr Rösler oder meinetwegen mal andere Unternehmen dann hier in diesem Raum oder wo auch immer Platz nehmen, wird das eigentlich auch dann gewettet als Lobbytreffen? Ja, aber Marvin, das hat nichts mit dem Deutschen Bundestag zu tun. Nee, aber es geht ja um Sie persönlich. Ich bin kein Mitglied der Regierung. Nö, aber Sie sind der Bundestagsabgeordneter. Ja. Sie tun so, ob das sowas ist. Das ist ein eingetragener Verein. Nein, also soll ich ja zurückfragen, wird jetzt jeder Verein, der Schützenverein XY, der sich mit dem und dem trifft? Aber Sie sind doch immer noch Bundestagsabgeordneter und kein, nicht irgendwer. Naja, also. Sie sind verantwortlich. Moment mal, aber auch ein Verein hat Rechte. Absolut, gebe ich Ihnen total recht. Ich meine ja nur, Sie sind aber gewählter Politiker. Ja, aber Marvin, bitte keinen Duktus reinbringen, dass das eine Geheimveranstaltung ist. Ich habe nicht gesagt, dass das eine Geheimveranstaltung ist. Wir streamen das, alle unsere Veranstaltungen, je nachdem, ob es technisch geht, aber wir bemühen uns, weil wir selber Öffentlichkeit wollen, weil wir präsent sein wollen, weil wir transparent sind, geben das der Öffentlichkeit, um Informationen zu sammeln. Es ist überhaupt nicht, also ich finde diese, was hat das mit der Asienbrücke zu tun? Das hat überhaupt nichts zu tun. Ich bin ein völlig offener Mensch. Jeder kann bei mir nachfragen und es gibt keine Geheimnisse. Punkt. Gut, außer das familiäre Umfeld, da habe ich eine klare Trennung. Da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Ich frage nur deshalb nach, weil natürlich kennen, ich nenne es mal in unserer Politik-Bubble, kennen Leute, Philipp Rösser, kennen Leute, die bei der Kast sind, kennen die Unternehmen. Ich habe mich auch mit der Friedrich-Ebert-Stiftung getroffen. Ja, es geht nur darum. Wir sind parteiübergreifend, es ist keine Veranstaltung von CDU und CSU. Aber Sie als Präsident sind ja immer noch Bundestagsabgeordnete, der gewählt wurde für eine Politik, für eine Unabhängigkeit, so gut es geht, von der Wirtschaft oder von Einflussnahmen. Und deswegen frage ich ja nur nach, wie sich das gestaltet, ob sowas dann dokumentiert wird. Und selbst wenn es nicht rechtlich theoretisch dokumentiert werden müsste, gibt es Listen. Machen Sie selbst da was. Setzen Sie selbst dafür ein, dass das auf der Webseite noch transparenter ist, als es vielleicht sein müsste. Das ist ja die Frage. Und welche Gespräche finden da statt, die ja innerhalb des Vereins total legitim sind, weil man sich zusammensetzt mit der Wirtschaft, aber Sie sind ja nicht nur Präsident des Vereins, sondern immer ja auch noch Bundestagsabgeordneter, der immer noch das Volk vertritt. Ja, aber... Aber als Bundestagsabgeordneter beeinflusst Sie das ja sicherlich immer noch. Und deswegen frage ich mich nur, wie transparent Sie da selbst umgehen mit Lobbykontakten. Also, wie gesagt, wir haben bei jeder Veranstaltung Fotografen. Es ist kein Geheimnis, wer da ist. Wir bemühen uns, dass wir unsere Informationen zur Verfügung stellen. Ich rede mit der Außenministerin, wenn es über die Themen der Asien-Pazifik-Partnerschaft geht. Ich rede mit dem Kanzleramtsminister, ich rede mit dem Bundeskanzler, wenn er eine Delegationsreise macht. Wir sind parteiübergreifend, wir sind ein eingetragener Verein. Ich verstehe gar nicht, dass Sie jetzt da so nachbohren wegen der Transparenz, weil wenn Sie unser Angebot schauen, vielleicht könnte sich das sogar noch verbessern. Ich habe nicht die Kapazitäten dazu, ehrlich gesagt, dass ich jetzt jede Minute dokumentiere. Es ist auch nicht jede Minute meines Lebens die Asienbrücke. Aber es gibt nichts an Geheimnis in der Asienbrücke, sondern wir möchten ja genau die Öffentlichkeit haben und damit auch die Transparenz. Ich würde hummig, wenn ich jetzt sage, dafür sitzen wir hier, um das rauszufinden. Ja, gerne. Als Abschlussfrage, wo sehen wir Sie denn eigentlich bei der nächsten Bundestagswahl? Die ist ja gar nicht mehr so weit weg. Nochmal, Bundestagskandidatur? Ja, ich mache jetzt erst einmal diese Periode sehr, sehr konzentriert und bin ein politischer Mensch, der sehr politisch in die Zukunft schaut. Ach, ich liebe diese unfassbar diplomatischen, aber eigentlich auch irgendwie nichtseignen Aussagen. Was heißt das denn? Heißt das ja, heißt das nein oder wissen Sie es einfach noch nicht? Ist ja auch okay. Grundsätzlich ja, aber ich kann Ihnen jetzt nach ein Jahr Opposition, wo die Ampel relativ schlecht dasteht, nicht sagen, ob die Neuwahl stattfindet, die vorgezogen ist oder ob es in der Legislaturperiode eine Wahl ist, die dann 2025 stattfindet. Wie es mir gesundheitlich geht, mir geht es super gut. Ich bin fit, ich bin sehr optimistisch, ich bin positiv. Ich will die Zukunftsthemen anpacken, vor allem mit vielen jungen Unternehmen, mit Startups, mit Tech-Konzernen, die, sage ich mal, auf den Sprung sind, in die Welt zu gehen. Vor allem möchte ich Innovation in Deutschland unterstützen, junge Unternehmen, die den Sprung in die Welt raus haben wollen. Und ich war jetzt auf verschiedenen Konferenzen, die Luft- und Raumfahrt liegt mir total am Herzen. Ja, grundsätzlich ja. Flugtaxis war auch so eine Frage übrigens, ob das überhaupt noch klappt. Ja, aber... Immer noch confident. Ja, aber genauso wie das autonome Fahren, glaube ich, dass es momentan zu wenig Power gibt, politischen Support gibt in Deutschland. Und dass die Flugtaxis erst woanders fliegen und nicht in Deutschland, obwohl wir den Rechtsrahmen eigentlich ziemlich gut gemacht haben. Da müsste die Politik mehr dafür tun. Da sehe ich momentan zu wenig Aufgeschlossenheit. Aber wenn Sie grundsätzlich Ja sagen zu einer Kandidatur, kann das ja vielleicht noch was werden beim nächsten Mal. Und allerletzte Abschlussfrage, weil das auch jemand gefragt hat, welche Schulnote, 1 bis 6, würden Sie sich eigentlich selbst geben in Ihrer politischen Arbeit? In welcher Funktion? Als Minister tatsächlich. Zwei Minus. Modest. Vielen Dank, Herr Scheuer. Danke. In Teil 1 ging es auch nochmal ganz stark um eben diesen Lobbyismus-Teil. Also schaut mal rein. Ich habe ihn euch hier verlinkt. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen und wollt nochmal reinschauen, wie ihr möchtet. Danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Danke euch für die Unterstützung. Ohne euch wäre das alles hier gar nicht erst möglich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin. Und bis dann.